Guckt mal, was passt dem Kali super! Lass ein kleines Superman-Schildchen jetzt um, ne? Ein kleines Mäntüttchen. Ja, und das hier ist ja das. Das wird auf den Schnauzi passen. Hast dich gerade unter dem Tisch verkrochen, wollte ich dich nicht stören. Legen wir dir gleich auch mal an, ne? Ja, super ist das doch. Wo läuft denn da? Super ist das alles, ne? Steli, passt du gut auf deinen Knochen auf, dass ihn keiner wegnimmt, ne? Ach, das ist so super. Danke Mädels, das ist so. Wahnsinn, guckt mal, was da für tolle Sachen bei sind. So, ist ein Kong super klasse. Ne? Zaunfliegzeug. Musste ich natürlich schon sehr lachen, ne? Ja, meine zweite Lieblingsbeschäftigung, neben Hunde bekuscheln, ne? Und Katzen beschmusen, ne? Ja, und so viele Leckerlis, das ist ja irre. Und schon habe ich das reich für mich alleine. Sie sind draußen mit Kläfen beschäftigt, gut. Das ist, das ist super. Das ist auch super, super, super. Alles super, Gläser super. Damit habe ich aber auch genug. Das reicht mir, mehr brauche ich nicht. Beher schiehe ich alleine. Ne, Kinders. Die Joghurtkulturen, so super. Die Taschenlampe, völlig spitze. Und die ganzen Vitamine und... Kleiner Pipsi, da bist du ja wieder. Ihr lauft doch nicht über den schönen, kleinen Leuchtemantel. Hier. Jetzt hat dir keiner den Knochen in der Zeit weggenommen, wo du bellen warst. Nein, ich werde mich hüten, da dran zu gehen, ne? Kleiner, guckt mal. Und so süße Handtüchleins. Baumwolltasche ist natürlich total super. Ist alles super. Lecker Sachen. Guckt mal, wer hat das echte und ritter Sport? Damit die Dicke immer fetter wird, ne? Süßer Thermobehälter. Jede Menge Vitamini ist für mich. Ja, Nutella. Super, super, super. Oh, guckt mal. Und die Lachsölkapsel natürlich. Die tun wir gleich in eine schöne Dose abfüllen, ne? Hier haben wir ja auch wieder ein tolles Gläschen, ne? Hm. Lecker, lecker, lecker. Da kommst du reingeklingelt, ne? Klingling, ling, ling, ling. Ja. Magnesium und Calcium. Das ist gut fürs Herz, habe ich gar nicht gewusst. Super. Oh, Entschuldigung, kleiner Pups. Hm. Habe ich dich geschubst. Ja, knurr du mal schön, ne? Knurr du mal schön, Kleiner. Ne, dir ziehen wir gleich auch das hier mal an, ne? Wenn der Kalli denn dann da mal runter geht, ne? Ja. Ne? Die Kauwurzeln. Oh, hoffentlich mögt ihr die dann auch. Ihr müsst euch bestimmt erst mal dran gewöhnen, ne? Im Moment habt ihr kein Interesse dran. Und die Bälle darf ich noch gar nicht dran denken. Wenn ich da jetzt drauf drücke und quietsche, dann ist hier die Hölle los, ne? Ist das nächste kaputt. Ja. Ha? Ja, es ist alles so toll. Ich danke euch von Herzen. Das ist so toll. Müssen wir mal ein bisschen jetzt wegräumen, ne? Hä? 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 Was denn? Was denn? Du hast vorhin so schön gesungen. Die Kamera wollte nicht, ne? So traurig. Hm? Ja. Hä? Süß gemacht mit den Herzchen auch, ne? Ja, 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 ja. Sehr gut. Ich kümmere mich jetzt um euch, ne? Vielen Dank.